Hallo zusammen, der Rolf Ziller spielt wieder eine Runde Shadow Skies und das Game ist ab. Lass mich dir lügen, 21. oder 22. Juli ist bei Steam erhältlich. Aber habe ich gedacht, ich gucke heute mal rein. Ich habe einen sehr vollen Server ausgewählt, weil ich ja auch mal einen treffen will, sozusagen. Jetzt will ich so in die Hose gehen, schönes Backpack habe ich auch am Rücken, ich hoffe das geht mir nicht verloren. Lass mich hier reingucken, hier ist alles klar. 35 Minuten noch. Nein, die Chips lassen sich liegen, lassen sich liegen. Nehmt nicht mal mit, bevor ich die ins Kreuz kriege. Ah, komm der ist cool. Ja. 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 Ja, man sollte auch auf seine Umgebung achten. Jetzt ist der Rucksack weg. Macht nichts. Ob das jetzt so gut war? Boah, die. hat nur 15 Kugeln aber es muss reichen das wissen die Gegner ja nicht wie viele Kugeln ich habe die waren auf dem Weg zur Uplink Station deswegen halte ich mich ein bisschen links da sind wir schon wieder an meinem fast Lieblingsspot angelangt am Tunnel ich habe ja nur die olle Waffe dabei von daher bin ich jetzt nicht zu vorsichtig so blöd dass der mich eben dass ich ihn nicht gesehen habe sagen wir so dass sie zu zweit waren aber das Game macht Sinn zu zweit zu spielen da haben wir doch schon wieder was roten Apfel hat sich doch schon gelohnt yes okay wir gucken uns das mal an gucken wir uns das mal an geht nicht wieder mit? warum nicht? warum nicht? ach schade eine Stunde noch ach schade eine Stunde noch egal dann würde ich sagen ab nach White Rock Creek so ich habe mich entschieden doch erst zur Uplink Station zu gehen und dann von da oben runter zu kommen naja scheint mir einen Tacken sicherer zu sein wenn man hier überhaupt von sicher sprechen kann russisch das jetzt einfach ich habe nichts gesehen eben geil jetzt möchte ich mich nicht ach du scheiße ja da komm versuche ich rumzureißen aber ich habe wahrscheinlich sowieso zu wenig Munition um da jemandem weh zu tun ist ja auch nur die schwache Munition und im Chat wird ordentlich gehandelt was immer ein bisschen schwierig ist in solchen Games geil das darf ich natürlich jetzt nicht schon besser darf ich jetzt natürlich nicht verlieren jetzt sind ein paar neue Knarren dazugekommen ach ja ich habe ja noch gar nichts ein Rucksack was ist denn hier ja 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 auch gut und wieder eben Rucksäcke ohne Ende jetzt nichts ich gehe nochmal da rauf ähm ähm das ist auch zu weit schon wait so da ist ein Rdrop zwei wir gucken mal müsste auch gleich vielleicht jemand hier hoch kommen so fast angekommen sieht ruhig aus auch von oben sah es ruhig aus was aber nix heißen muss was aber nix da ist doch was da ist doch was wir brauchen noch einmal hier und sagen ich habe es doch die Bandage getroppt und hier kann man sich auch wasser besorgen aber so oft wie ich sterbe ist das eigentlich total nebensichtlich sieht gut aus eigentlich egal ich lasse das jetzt einfach alles da das essen ach was soll's ja gleich groß ja 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 Hm. Gut, dann ab zur Dominion-Blockade. Ich bin in Bosch. Das ist total offen. Naja, was habe ich zu verlieren? Also mit Snipern habe ich noch nicht wirklich... Ja, einmal habe ich da Bekanntschaft mitgemacht hier. Wenn es so ist, ist es halt so. Da oben ist ein netter Rucksack auf jeden Fall. Werden wir uns schon mal holen. Ja, nice. So, ähm. Schwoppen. Trocken. Das ist die Reihenfolge. Nicht anders. Jetzt lassen wir liegen. Level 2. Was ist denn hier los? Das habe ich echt mal Gelegenheit hier meine, äh, sagt mal eben, meinen Einfluss bei den Fraktionen zu verbessern. Und ich habe eigentlich PvP gesucht. Auf dem vollsten Server. Nur ein bisschen gefunden. Aber ich denke mal, ich werde das safen müssen. Das ist jetzt langsam ein bisschen viel. Ja, so ist es. Wir gucken nochmal, was drin ist. Easy. Schön. Das loode ich jetzt nicht. Jetzt muss ich echt probieren, dass ich das heil nach Hause kriege. Danke fürs Zuschauen. Vielleicht interessiert den ein oder anderen. Ja, auch Shattered Skies. Ähm. Für die, die es noch nicht gehört haben. Ist so eine Sache von, meine ich, von Teilen der War Z beziehungsweise Infestation machen. Spielt sich so ein bisschen wie Nether auch. Also, wer PvP mag, kampfen lasst nicht alles, der kann sich das ruhig mal geben. Ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Puh. Geschafft. So, ich bin ja da in der Base. Jetzt der kleine Bonus. Das sind meine Waffen. Die habe ich alle entladen, soweit es ging. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier noch drin ist. Okay. Ja. Alles klar. Den müsste ich auch irgendwann einfach mal ausrüsten. Und ich muss schauen, ob ich genug Platz habe. Im Global. Das ist nämlich, glaube ich, nicht der Fall. Okay. Ein paar Lämsche. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Na gut. Zwei von denen. Darauf kann ich jetzt verzichten. Aber besser als nix. Und mit diesem Schuss sage ich jetzt wirklich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.